hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben freunde willkommen zurück zu resident evil 3 wir haben jetzt 0 uhr 54 wie gesagt bei der nächsten aufnahme werde ich abends aufnehmen und ich habe ehrlich ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon am ende ich bin jetzt schon aber nicht bin gesund ich will es nicht ich will es einfach nicht tun ich will es einfach nicht tun ich mache den timer eine sekunde an und los geht ich will es nicht tun ok was ich bin nicht infiziert nein 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 bitte wow er war infiziert ihr stars seid zimperlich darum sind so viele von euch tot und was bist du, UBCF bringt seine eigenen Leute um? er hätte sich verwandelt wo ist dein überlebenses Kind in meiner Hose ok der war schlecht ich gebe zu wir brauchen kein weißer Gewicht, das uns behindert nice ok die ist voll mit ich behalte die Stromflüte ich werde die sicher gebrauchen ok da ist Strom ok eintrag eines UBC Soldaten der mittlere Osten, Osteuropa, Ostafrika ich habe gedacht ich weiß wie die Hölle aussieht ich dachte ich kann alles aushalten egal was kommt aber dieser Job der sollte eigentlich leicht sein schnelles Geld das hatte ich mir verdient es ist alles auf einmal passiert unser Trupp war 30 Mann stark alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet und doch wurden wir in weniger als 48 Schotten ausgeschaltet ich habe genug Scheiße gesehen um zu wissen dass es immer noch schlimmer kommt und das war erst der Anfang vielleicht bin ich ein Feigling es ist mir egal dies ist der einzige Ausweg der mir noch bleibt ich hoffe nur dass mein Körper nicht wieder aufsteht nachdem ich den Abzug gedrückt habe ok ok nice alles klar Generatoren für Freien uns im Reichsgeschäft von der Electrical City Elektriker Gilde ok falls das jemand sehen will darf er gerne posieren ok 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 ah komm was sind das für Viecher während der matière ein удоб macht einfach stop dann was ist aber Ah, komm. Ah, komm. Ob ich dich jetzt nicht getroffen habe? Ich hasse dieses Spiel. Ist alles voller Schießfolger. Gar nichts. Kann ich natürlich auch damit aufschneiden? Nein. Diese Fischer, sie machen... Okay, ich hab wenig Gesundheit, ne? Ich hab wenig Gesundheit. Ich brauch grünes Gras. Oder ich brauch nen Rucksack oder sowas. Fax vom Leiter des Uhrwerks. An alle Mitarbeiter, als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Schulmaßvon eingeladen. Oh, okay. Einen geplanten... Oh, nice. Komm, 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 warte, 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 warte. Her, raus, ne? Komm mit mir. Komm mit mir. Ja, natürlich speichere ich. Weil ich ein Schisser bin und ich weiß, dass ich jederzeit, jede Sekunde, irgendwie, irgendwo, irgendwann sterben kann. Ich bin immer noch unentschlossen. So, okay. Okay, warte, 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 warte. Dann gehen wir nochmal zurück. So bisschen so schnell wie möglich die vier Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten sie die Hauptsteller in der Schaltzentrale ein, um das schon als wieder zu aktivieren. Was ist das hier über... Wow, warte. Was zur Hölle ist das? Da ist grünes Gras. Ja. Komm, aber benutzen. Dann habe ich das auch, warte, ich will aber wie diese Artikel über das grüne Gras. Ich habe angefangen zu glauben, Schert, würde nie von seiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingeschickt und verdammte Scheiß, das nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Mal in meinen Hals runterrutschen. Ich habe gewirkt wie Blöde, aber dieses hat die kleinen Viecher kaum gestört. Dann habe ich gesehen, ein grünes Kraut. Meine Oma hat mir mal gesagt, dass grüne Gräuter natürlich ein Sektenschutz sind. Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt denn? Die kleinen Viecher wollten nicht mehr drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ich werde nochmal da rausgehen und nach Schert suchen. Falls jemand das liest, denkt dran. Dann esst euer Grünzeug. Okay. Alles klar. Ja, natürlich. Bei allen greife ich so zu. Bei allen greife ich so zu, aber nein. So, was ist da drin? Okay, nice. Ach ja, scheiß drauf. So war das. So war das. Und jetzt komme ich hier rein. Habe ich den Dietrich noch? Tatsache, ich bin überhaltet. Oh, what the fuck. Was soll das denn jetzt? Habt ihr es gesehen? Oh, was soll das denn? Oh, was soll das? Oh, okay. also das war ich jetzt so gut gott zettig immer schön nachladen so ja komm Klasse. Ja, komm. Ich will es nicht. Ich will es einfach nicht. Ich will es einfach nicht. So. So. Erstmal die ganze Munition an den Papa. Ist ja schlimm sowas. Okay, warte, 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 da war noch ein Gang hoch, ne? Ja, komm. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Pistole. Oh, kletteriert. Oh, nice. Erstmal Scherznotizen. Was zur Hölle ist hier los? Klar, all der seltsame Scheiß, der die letzten Tage hier abging, war schon heftig. Die seltsamen Viecher, die die Nester gebaut haben. Der metallische Geruch, der durch die Öffnung strömt. Aber man, jetzt ist hier über Nacht alles zur Hölle gegangen. Ich muss nach meiner Ma in der Stadt sehen. Aber der Boss sagt, ich darf nicht weg. Okay. 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 Da ist der Nester. Nice. Okay. 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 Woll, das ist der Nester. Was ist das denn? ach komm bist du der letzte dich habe ich schon hoch gemacht meine fresse dich habe ich noch nicht hoch gemacht ich brauche kurz drei sekunden abstand von euch diese viecher sind ja sowas von asozial und viele was das der schlüssel zum hoch ist verloren wir werden vor nächster woche keiner das bekommen in der zwischenzeit wird ein so das war es jetzt jetzt muss die shotgun alles richten ja komm nervt mich jetzt nicht mit den komischen füßen ja komm das schaffen wir ja komm leck mich muss ich jetzt zurück ich glaube ja alter ich raste komplett aus ja 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 erstmal soll ich jetzt zurück ehrlich ich will nicht zurück ich habe angst ich habe das kraut jetzt bin ich wieder gesund was habe ich hier ich will aber nicht jetzt muss ich hier den weg zurück gehen oder was jetzt muss ich hier den weg zurück gehen oder was ich habe un gutes gefühl bei der sache wo 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 Wie soll ich dir entkommen? Boah, Alter. Skeller. Skeller. Ich habe Angst. Oh Gott, nein. Wer ist es? Warum? Warum nur? Oh Gott. Ich gehe da einfach nicht hin. Dann kann er auch nicht kommen. Ich bleibe jetzt einfach hier. Und sicher bin ich. Ich erschrecke mich sowieso. Ich erschrecke mich zu 99% wieder. Also ehrlich. Ich erschrecke mich 100% wieder. Nein. Alter. Als ob du mich erwischt hast. Ich bin doch perfekt ausgewiesen. Ich zeige dir wieder meine Skills als Jill Valentine. Oh Gott. Das Ding ist noch am Leben. Jetzt ist hinter mir her. Was? Lauf. Komm zurück zur Station. Ich muss erst das Spellwerk hochfahren. Alter. Puh. Ich habe die Zeit hier kurz zu speichern. Und... Ja, komm. Save sie fast. Kriegt es. Auch irgendwas. Was ist hier drin? Oh. Nice. Wenn ich mal am Ende bin. Warte, 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 warte. Da... Da... Mach ich lieber nochmal ein Sicherheits-Safe. Also der speichert wie auf... Der zählt wie auf die Speicher. Oh Gott. Wie soll ich ausweichen? Ich kann doch gar nicht ausweichen. Meine Güte. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich hasse dich mehr, bitte. Oh Gott. Ich hasse dich. Ich weiß sowieso. Ich weiß sowieso, was ist gleich passiert. Der ist gleich hier. Und nimmt mich auseinander. Ich sehe es jetzt schon. Ich höre ihn doch schon. Ich glaube, ich gehe jetzt speichern. Und die Jagd von Nemesis. Seht ihr einfach in der nächsten Folge. So ein Asozialer bin ich. Ach komm. Als ob mich jetzt jeder von euch erwischt. Besonders du. Treib ich mich hier in die Ecke oder was? Ja, genau. Genau. Meine Güte. Also. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss.